hallo zusammen ich habe hier eine mini bar hc 25 also die ganze hc reihe und wir behandeln heute das umwandeln der mini bar wir haben hier den zubehör und zwar haben wir hier drin ein zusätzliches scharnier wir haben neu diese tropfen die dann wieder drauf kommen und das scharnier für oben das hier drüben montiert werden am besten legen wir die mini bar auf den rücken dann sehen wir hier unten das scharnier unten das lösen das sind drei kreuzschlitzschrauben mit direkt im blech eingepresst dann habe ich diesen kleinen fuß hier den mit dem schlüssel lösen dann drehen wir den schrank um und lösen hier oben diese scharniere das scharnier lässt sich rausziehen und hier hat es einen kleinen gummi der ist mit diesen schrauben befestigt also diese schrauben auch raus das teil hier raus und auf der seite wieder rein hier schraube ich diese schrauben wieder fest und jetzt kommt das scharnier hier habe ich dieses raus genommen und das kommt auf der seite hier rein auch wieder anschrauben auch wieder anschrauben dann habe ich hier oben an der tür so ein stopfen den kann ich rausziehen der kommt auf diese seite dann habe ich so ein lager das war drin das ist raus gefallen das kommt dann hier rein dann werden die obere seite fertig und die untere seite ist das scharnier und dann kommen diese zwei lagerstellen und hier wäre es dann besser mit dem akkuschrauber zu arbeiten weil es sind selbst bohrende schrauben nochmals diese lagerstellen dazwischen jetzt kann ich hier in der höhe noch ein bisschen hoch und runter schieben von vorteil ist ein fester und nicht fahrbarer tisch und dann habe ich hier noch den kleinen fuß wir können hier auf der seite schauen ob die türe schließt auf der anderen seite und so ist die minibar theoretisch umgebandet der gummi drückt hier ein bisschen das heißt er schließt nicht sauber wir müssen jetzt also diese scharnier noch ein bisschen verrückt diese scharnier ein bisschen vorziehen also die schrauben nochmals ein bisschen lösen die türe ein bisschen nach vorne drücken und so sollte die türe mit einem leichten klack schließen ja das ist gewesen von der minibar umbanden auf die andere seite ich hoffe euch hat das video geholfen und ich wünsche euch einen schönen tag